Hallo liebe Klemmerstein-Fans, Sascha hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf unserem Kanal Klemmerstein Kastens. Wer unser Messevideo verfolgt hat, ding ding ding, da oben auch noch mal nachzuholen, der weiß, dass wir die Superwings, also den Donny vielmehr, von Kubi geschenkt bekommen haben. Wir durften ihn mitnehmen und wir werden ihn heute mal aufbauen. Die Superwings, eine Serie für Kinder, ich habe es immer noch nicht gesehen. Unsere Jungs haben jetzt auch noch nicht so wirklich davon mitbekommen, außer was halt so in der allgemeinen Welt und hier mit den Klemmerstein so los ist. Es gibt ja auch noch mal einen größer, die sind dann so ab 6 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, oder vielleicht auch ab 5, haben mehr Teile. Hier sind aber kleine Flieger dabei, 99 Teile, ab 4 Jahren geeignet und die Nummer 25128, gerade noch die Kurve gekriegt. Ja, wir werden ihn heute mal aufbauen. Vielleicht hat der Leon sogar Lust, den aufzubauen und dann schauen wir mal, was der kleine Flitzer so kann. Und ich versuche gerade mal den Karton, das geht auch noch ohne Messer. Bei dem kleinen Karton muss man sich nicht abnüben. So, viele Tüten, eine Anleitung, Karton weg und wir legen los. Die Teile vom Donny liegen ausgebreitet vor mir. Wir werden gleich, oder ich werde gleich den Platz mit dem Leon tauschen. Was man dabei haben, sind wieder diese kleinen Pins, Aufsteckperlen quasi. Dafür ist hier der kleine Helferstift. Das hier, genau, da ist sie gerade durch die Gegend gesprungen, die Perle. Wir haben noch zusätzlich einen schönen Druck, das Gesicht, die Augen vom Donny. Dann zwei Teile, die auch bedruckt sind mit dem Mund. Und ganz wichtig, aber hier eigentlich gar nicht benötigt, ein Aufkleberbogen. Das sieht mir, so rum ist es richtig rum, nach einem Aufkleberbogen von einem anderen Superwink in groß aus. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die großen Superwinks bedruckt oder noch mit Aufklebern sind. Was ich weiß ist, dass Kobi nur noch acht Prozent an Sets mit Aufklebern hat. Hierfür werden diese Aufkleber definitiv nicht benötigt. Keine Ahnung, warum die dabei sind. So, schauen wir noch mal, was es so Auffälliges gibt. Hier eins der Stützräder. Leider keine Räder, die sich wirklich bewegen können. Und hier noch ein Propeller von den beiden links und rechts. So, dann lasse ich den Leon mal aufbauen und wir melden uns dann zwischendrin. Fünf Bauschritte später hat man ein gelbes Gebilde gebaut. Hier sieht man noch nichts, was ihr aber erkennen könnt, wenn wir uns die beiden Seiten angucken. Hier ist auf jeden Fall schon die Baurichtungsumkehr mit den Platten, wo Noppen auf beiden Seiten sind. Ja, implementiert worden, hätte ich jetzt schon fast gesagt, umgesetzt worden. Mal schauen, welche Seite dann wirklich oben ist. Leon hat bisher soweit keine Probleme. Ab und an eben Kobi-Klemmkraft. Muss man ein bisschen nachhelfen beim Drücken, aber der Rest passt für ihn. Und der Leon hat Bauschritt 15 abgeschlossen. Zack, zack, zack geht das hier. Für euch sowieso, weil wir es ja zusammenschneiden. Aber da baut das wirklich richtig flugs auf hier. Ist der hintere Teil vom Donny. Das heißt, hier ist definitiv die Oberseite. Ja, sind ein paar Platten dazugekommen. Alles feine Arbeit. Schön gelb. Und Bauschritt 20 ist fertig. Jetzt fehlen nur noch sechs Bauschritte. Dann ist der ganze Donny fertig. Hier ist das schöne Gesicht, die Augen drauf gekommen. Hier oben wurde dann auch mal wieder mit diesen, ja mit den Perlen eben, Bügelperlen quasi, Baurichtungsumkehr betrieben. Das ist ja eigentlich, wie ihr es vielleicht zu einer Seite jetzt hier erkennen könnt, eine Platte, die jetzt eben andersrum drauf sitzt. Und damit man dann hier die Fliese drauf machen kann, sind da eben diese Perlen dran. Ja, der Leon hatte sich tatsächlich an einer Stelle doch verbaut. Denn die einmal sechs Platte hat er hier hinten dran gehabt. Da sollte aber die einmal fünf Platte dran. Ja, ansonsten alles wunderbar. Jetzt baut das fertig und dann schauen wir uns den kleinen Donny nochmal an. Der Donny ist fertig. Leon war fleißig. Alles quasi im Endeffekt unterm Strich kein Problem für ihn. Wunderbar. Hier das Gesicht dazu gekommen. Der Mund quasi die zwei Teile, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Dann hier an den Seiten die Propeller. Das Ganze quasi auch nochmal mit einer dünnen Fliese, die Noppen auf der Unterseite hat. Damit man hier eben auch umgekehrt bauen kann und hier oben die schöne glatte Fläche hat. Dann noch das Fahrwerk. Hier die zwei Räder und hier vorne auch noch das kleine dran. Und das war es im Endeffekt. Es ist, muss ich sagen, schon mal schade, dass hier eben keine wirklichen Räder zum Bewegen dran sind. Da hätte man sich vielleicht noch was überlegen können. So schaut er aus, der kleine Flitzerflieger. Und ich würde sagen, wir trommeln die Familie zusammen. Wenn sie das jetzt ein bisschen bespielt haben, mal gucken, ob Daniela auch mitspielen darf. Und sehen uns zum Familienfazit. Willkommen beim kurzen Zwischenstopp vom Donny. Denn er möchte das Klammerstein-Kastens Familienfazit nicht verpassen. Ich frage gleich mal direkt den Leon, denn er hat es ja aufgebaut, wie der Aufbau so gewesen ist und was er von dem Set hält. Und der Aufbau war toll und ich hatte ein paar Mal Schwierigkeiten, aber... Alles in allem hat es gut geklappt. Ja. Gut, super. Und wie gefällt er dir? Gut. Spielst du gerne mit den Super Wings? Ja. Ja. Und der Hubschrauber, der Dizzy, die Dizzy, gefällt mir am besten. Am besten, ja. Dizzy werden wir euch auch noch vorstellen. Gibt es denn etwas, was dir hier nicht so gut gefällt? Dass die Räder sich nicht drehen. Mhm. Wie schon im Video beim Aufbau erwähnt, da könnte man ein bisschen was anderes machen können. Es gibt auch welche, die haben Räder unten dran. Gut. Alles in allem einen Daumen von dir. Und wenn ja, welchen? So. Der neutrale Daumen. So. Der Dreiviertel Daumen. Okay. Ja, das passt dann schon eher. Gut. Dankeschön. Und der Noah. Gefällt dir der Flieger? Ja. Gibt es etwas, was dir besonders gefällt? Die Propeller. Die Propeller. Die drehen sich nämlich auch. Und gibt es etwas, was dir nicht gefällt? Dass die Räder sich nicht drehen. Mhm. Weil die Fahnen sich nicht drehen. Ja. Genau. Ihr seht, eine kleine Enttäuschung. Einen Daumen von dir. Ja. Ja. Der neutrale Daumen. Dankeschön. Ich drehe noch. Ja. So. Dann noch die Frau des Hauses. Genau. Ja. Also es war tatsächlich wirklich so. Noah hat als erstes gesagt, die Räder drehen sich ja gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, das vordere wäre glaube ich gar nicht mal so schlimm. Aber die beiden hinteren wären wirklich toll gewesen, wenn die tatsächlich drehbar wären. Das vordere, ja ab und zu mal fällt es ab. Aber jetzt zur Zeit hält es eigentlich recht stabil. Was manchmal abgeht, wenn man hier ein bisschen wackelt, eben diese Flüggeteile. Die gehen tatsächlich manchmal ab. Aber es geht eigentlich auch ganz gut. Und auch die Jungs können es meistens dann recht gut auch selber reparieren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber eben auch, ja, es ist tatsächlich etwas, was ein bisschen schade ist. Die Jungs spielen wirklich sehr gerne damit. Ich muss sagen, ich finde ihn auch toll gemacht. Eben auch die Augen und der Mund. Es ist richtig schön mit viel Liebe gemacht. Aber auch für mich ist tatsächlich einfach dadurch, dass bei den Jungs so diese Enttäuschung durchgekommen ist, gibt es wirklich dann auch so einen kleinen Abzug für die Räder. Deswegen ist es auch für mich der Dreiviertel Daumen. Auch wenn es wirklich, wirklich schön ist. Aber das kleine etwas fehlt. Dankeschön. Ich kann mich der Meuter eigentlich nur anschließen. Das Set macht auf jeden Fall was her. Es ist ein kleines schönes Mitbringsel. Für Superwings-Fans auf jeden Fall nicht verkehrt. Aufbaualter, ja, 4 Plus passt bei uns. Muss jeder dann selber sehen. Aber auch mit Unterstützung der Eltern kriegt man das hin. Zumindest wenn die Leute dann schon mal Kobe gebaut haben. Wir wissen ja, dass der ein oder andere beim ersten Mal Kobe ein bisschen zu kämpfen hat. Ja, Räder. Muss man mal gucken, ob man die irgendwie selbst dran machen kann. Ist vielleicht auch ein bisschen der Bauweise geschuldet. Aber nichtsdestotrotz wären natürlich wirklich rollende Räder besser gewesen. Von daher auch von mir der Dreiviertel Daumen. Ein Dreiviertel Daumen und ein Neutraler Daumen. Genau. Dann schicken wir den wieder zu Dizzy auf die Reise. Können die Jungs ein bisschen durch die Gegend fliegen. Hat es euch gefallen, hinterlasst gerne euren Daumen nach oben. Daumen nach unten. Neutraler Daumen und Dreiviertel Daumen nach unten. Ja, bei YouTube gibt es nur Daumen nach oben oder ne. Genau. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und denkt an die... ...Glogge. Genau. Bing, bing. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und aus die Maus. Aus, aus aus. Aus, aus. Aus, aus. Aus, aus. Aus, aus. Aus, aus. Aus, aus. Aus.